Hallo liebe Freunde hier bei Let's Play! Der Herr der Ringe der Kriegen im Norden mit mir ein paar Zern-LP und dem... Tork! Da-dam-da-dam! Er ist zurück! Ein Auto! Ein Mann! Ein Computer! Ein Auto! Night Rider! David Teslow kommt auch aufs Novarock! Ernsthaft? Ernsthaft, ja! I've been looking for freedom! I've been looking so long! Jawoll! Oh, ich hau mich weg! Oh Gott, hier rukelt's! Hazzle the Hoth! Bei Novarock ist schon so da gestanden, wenn er ausgeboot wird, dann wird er alle vernichten! Na, lol! Oh, wie ich diese Zwischensequenzen liebe, die gab's früher nur eigentlich, so kurz, wann man wo reinkam und kurz und her gezeigt. Kannst du die von hier oben beschießen? Sie ergötzen sich daran, die Werke anderer zu verunstalten und sie zu ihren eigenen gehlenden Zwächen zu verwenden. Also mein Fadenkreuz wird auch nicht rot, wenn ich auf ihn anlege. Nö. Na dann werden wir mal hier so langen Raysen mal holen. Unteruschen. Hier gibt's was für mich. Hilf mir hier mal! Eine Goldader! Ja, vor allem du schreist hilf mir mal und dann machst du's eh nur selber. Ah, der Zwerg, der ist halt nicht ganz dicht. Der kriegt wahrscheinlich keine Luft. Das Hörn wird ihm abgequetscht. Habe ich eigentlich noch die Klinge, die leuchten anfängt? Oder den Boden? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich möchte es behaupten. Oh, hier ist wieder was für mich. Hm. Kein Wunder, dass ich so viel Cola habe. Schon wieder so lange her, dass ich das gezockt habe. Ja, gell. Es ist fast genau zwei Wochen her eigentlich. Weil wir haben um... Ja, ja, mein Boden leuchtet wieder. Nur, dass es hier ein bisschen offensichtlich war, dass da jetzt jemand ist. Aber wir kommen trotzdem immer so zum Aufnehmen, dass du noch was auf Vorrat hast, wa? Ja, wunderbar funktioniert das. Wir sind so ein gutes Team. Wir sollten noch einen Together-Kanal aufmachen. Ja, ja. Ähm. Sorgazian. Genau. Oder Pazjork. Pazjork. Das klingt aber irgendwie wie Hansjörg, ich weiß nicht. Hansjörg LP. Hansjörg LP. Ach, das ist ja noch so ein dicker. Ich geh mal schnell zu den Bogenschützen vor. Ich geh mal schnell zu den Bogenschützen vor, gell. Weil die Bogensch... Oh, 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 oh. Die krabbeln jetzt runter, die Bogenschützen. Ah, die Bogenschützen, die nerven mich ja ein bisschen. Ich mach die mal schnell kaputt und dann komm ich wieder vorgerischt. Noch nicht bereit. So, der eine ist ein bisschen beinlos. Almosen für die Beinlosen. So, komm her, du Hund. Oh, der hat so einen Schmiedehammer. So, ich habe die Bogenschützen eliminated. Bin wieder on the way zu dir. Aua. Du kriegst hier ein bisschen aufs Gesicht von dem Onkel. Ich frage mich jedes Mal, wie der mich trifft, wenn der nach vorne schlägt und ich aber trotzdem den Schaden kriege. Ich verstehe es nicht. Ne, mich erwischt denn. Ich bin nicht so wie gleich. Ist er jetzt erledigt oder lebt? Ja, das bin ich. Oh, der ist ein bisschen kupplos. Oh, die Alte ist hier ein bisschen in Drangles. Ja, wieder keine Pfeile. Die gehen da so schnell aus. Die Eilträger? Ne, Pfeile. Teilträger habe ich eingekauft. Achso, Pfeile. Vergünstigt bei der Metro. Alter. Der hat ja übelst den Schädel verloren. Boah, aber sieht cool aus hier. Dein Schwert blitzt auch übelst so durch die Gegend. Ja, hier sind auch irgendwo Orks wieder, weil mein Bogen leuchtet blau. Obwohl, ich kann es fast nicht glauben, weil... Ach doch, kann ich schon glauben. Hey, da ist ein Versteck. Boop. Ja, das ist aber gut gemacht hier. Ja, toll. Ein... Wir müssen einen Weg durch dieses Tor finden. Bogen der Renegat... Renegat... Jetzt wollte ich Renegat... Re... Regeneration. Ach Gott, so ein schwieriges Wort. Regen... Dein Terro... Re... 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 Warte mal, ich habe einen Helm. Vielleicht ist der Hübscher. Hm. Ach toll. Der Helm wäre zwar bestimmt hübscher, aber der ist schlechter. Ein Handschwert. Nein, danke. Ich möchte so gerne einen hübschen Helm. Ah ja, deine Covers, die finde ich richtig gut. Ich habe sie mir gleich untergezogen, illegal. Du schwein. Und das Handy getan. Ja. Du hättest sie dir anhören müssen täglich und auf die Werbung klicken. Das ganze Album kaufen, ne? Genau, das ganze Album mit zwei Hits. In Endlos-Schlager. Du musst so Teleshopping-Werbung machen. Teleshopping-Werbung? Da gibt es immer so Schlagermusik-Werbung. Ich glaube, wir müssen... Oh, hallo. Oh. Deswegen leuchtet mein Bogen blau. Warte, wir unterhalten uns gleich weiter. Ja, wir müssen hier erstmal kurz los arbeiten. Die, weil das von hinten kommt! So, wo ist der andere Bogenschützen-Assi? Hier. Ich mach wieder erst die Bogenschützen kaputt, gell? Ja. Mach das. Bevor die uns hier wieder so mächtig auf die Eier gehen. Ach, da oben sind ja noch zwei. So, er hat uns erledigt. Gut. Ich bin hier hinten bei den Bogenschützen unterwegs. Aber ich bin schon, dass das hier hart nervig ist. So. Und der ging... Der ging auch relativ schnell jetzt. Also... Ja? Da hatte ich jetzt einen Run. Oh, ich hab keine... Keine Dinger mehr. Hä? Wo sind meine ganzen Fähigkeiten hin? Achso, ich bin ja im Bogenschützen-Modus. Deswegen kann ich keine Fähigkeiten haben. Boah, da kommen wieder zwei Dicke. Ich bin hier gerade noch bei den Bogenschützen. Aber mein... Mein komisches Armbrüstchen macht ja leider nicht so viel Damage. Deswegen dauert es hier kurz ein bisschen. Ich brauche mehr Zeit. Alter. So. So. Oben schützen. Oben schützen sind auch tot. Ne, dahinten steht noch einer. Ich renne. Ich renne. Ich renne. Ich renne. Derp! Und erledigt wieder die zwei großen. Ja, haha. Ja, haha, 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 haha. Oh, hier oben ist noch ein Kistchen. Ein Ring der Widerstandsfähigkeit ist da drin gewesen. Doppelschichtige Ski steht bei mir. Ich kann Skifahren. Du kannst Skifahren? Das ist ja super. Schienbeinschützer steht im Endeffekt da. Und die kann ich sogar füllen mit irgendwas. Mit Elbensteinen, wa? Ja. Mit was mache ich das denn? 1,5 fache Schaden versus Orcs. Machen wir das hier, oder? Ach, das kann ich da nicht reintun. Okay. Dann halt nicht. Kann ich den Eisschaden ein? Ich glaube auch nicht. Nö. Bum, 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 bum. Was kann ich denn da reintun? Oh. Hast du keinen Elbenstein, den da reinsetzen kannst du auch? Doch, doch, Elbensteine, aber die gehen nicht in die Schuhe rein. Nicht? Nee, ich glaube, da kann man nicht so Angriffsdingens machen. Sondern nur so verringerter Schaden plus drei und sowas. Achso. Ja, ja. Ich tritt halt nicht so oft mit den Füßen. Ist das ein Shop oder geht's hier weiter? Okay, es geht hier weiter. Da geht's weiter. Ich hätte gerne eine Axt und einen ordentlichen Helm. Das wäre so cool. Oh, hier gibt's wieder Zeug von mich zum Abbau. Nein! Du kannst da echt so kassieren in dem Spiel. Auf jeden Fall. Dieser verdammte Zwerg, dieser Geldgeile. Oh, mein Bogen leuchtet wieder blau und da sind sie auch schon. Das heißt, es gibt Action. Wo sind sie denn? Da. Oh, Troll. Oh, da dreht ein Troll. Warum dreht der da? Headshot. Ich weiß nicht, ich schieße mal von da hinten auf den Troll. Ich tue derweil den Troll verhauen, wenn der hier weiter rumdreht. Kassad! Kassad! Oh, der Troll ist schon kaputt. Nein, der Elektro. Führ die Dune da ein! Behälterung voll. Ja, dafür, dass wir jetzt gerade zu zweit... Ich muss mal hier meinen Kampfschrei... ...meinen Kampfschrei aktivieren. Was hat denn da zu explodiert, ey? Ich hab geschrien. Ach so. Ich bin ausgerastet, komplett. Ich bin fertig. Und grollt. Das blöde, der Troll ist so groß, man sieht gar nicht, wenn oben der gelbe Pfeil auf ihm aufblinkt. Nee, du bist mal so raufgekleppert. Das haben wir auch nie wieder geschafft, ne? Ein Mechanismus gegen diese Tür zu öffnen. Auch nur einmal. Dann lasst uns die Zahnräder zerstören. Keine Ahnung, wie man das gemacht hat. Dadurch ihre Kriegsmaßnahmen. Das ist ein Backward. Ich weiß es nicht. Sie schmieden Waffen und Russen. Wir müssen ja... Komm, wir müssen das Ding drehen. Nee, wir müssen das Ding drehen. Nee, wir müssen es zerstören, ne? Sie auch! Kassad! Kassad! Hä? Weiter, schnell! Bevor diese Säule unter uns einstürzt. Das stört den Hebel, der die... Ah, hier ist der Hebel. Wollten immer den, ne? Oh, was ist denn gut? Explosion... Oh, helft den Zwergen gegen die angreifenden Orks. Oh, das ist Tür auf explodiert. Warte mal, ich glaube, ich muss gerade mal niesen. Moment. Gesundheit! Vielen lieben Dank. Wie lange hast du heute eigentlich Zeit? Boah, ist das eins oder so? Oh, ne. Boah, ey. Bleiben wir halt mal länger wach, können wir uns das, ne? Oder nichts mehr. Genau. Wir sehen uns ja so selten. Boah, das macht mich schon mal so traurig. Aber wo schieße ich denn davor? Was da los? Ich hab keine Pfeile mehr. Geht's überhaupt weiter? Mir ist auch mal aufgefallen, dass manche Folgen beim Herr der Ringe-Dings ja übelst kurz sind. Die gehen ja nur elf Minuten oder so, gell? Ja, in der Kürze liegt die Würze. Genau. Hier geht's gar nicht weiter. Aber bei den letzten Folgen, da haben wir immer geschaut, dass es 15 Minuten sind. Oh. Ich weiß auch gerade nicht so recht, wo's weitergeht. Aber es muss hier weitergehen. Es geht hier aber nicht weiter. Warum nicht? Was ist da los? Das macht mich schon wieder zornig. Okay. Wir können doch hier nicht was einbauen. Wo's nicht? Äh? Vielleicht da hinzu. Vielleicht müssen wir hier... Ach, hier geht's lang. Wo? Ach. Ich wunderte mich schon, was da los ist. Oh, hier kommt ja, aber es ist angehübt. Oh, da hinten sind ganz viele Bogenschützen. Wir müssen ganz nah sein. BAMS! Ich hab leider nicht die Möglichkeit. Schnell weiter! Wenn sie uns entdecken, haben wir gleich eine ganze Armee gegen uns. Und die Alte? Ja, ich... Ein Waldläufer ohne Pfeile, das... Ich könnte auch mal so ein Schüppschild um uns machen hier, ne? Das wär mal ein Plan, ja. Aber da hat sie irgendwie nicht so einen Bock drauf, ne? So, der ist tot. Kann ich die Pfeile eigentlich abflocken? Jetzt seh ich den Typ nicht mehr, weil der da hinten so blöd steht. Was ist da los? Steht der jetzt ernsthaft hinter dem Ding? Krass, der ist. Ja, wir können auch weiterlaufen. Ich glaub, wir müssen nicht unbedingt hier bleiben. Nicht, aber ich würde die gerne noch töten, schnell fix. Okay, ich kann keine Pfeile ablocken, ich muss nur zwei. Jetzt lernst du die Macht der Hilder kennen! Der Typ ist tot, hier drüben ist noch einer. Ich hab aber auch noch zwei Pfeile. Wurfing. Kampfhandschuhe der Wache. Also du bist ja schon übelst am Plündern und ich bin ja noch übelst am Schießen und... Waaah! Hm. Ich glaub, ich behalte mir trotzdem noch die... Die haben so viele... Da eine Trüe, eh? Zusatzsachen, ja. Krumschild. Ah, ich brauch noch kein Schild, liebe Freunde. Ich nutze es doch eh nicht, weil ich es vergesse. Das stürzt alles zusammen. Ja, das ist irgendwie dezent uncool. Jetzt die Ketten, die ja lang rasseln. Siehst du, da ist immer noch das Schwein da unten. Ja, das ist immer noch der, den ich nicht kaputtgekriegt hab, weil... Aber von da kriegst du den Ketten. Ich habe nichts mehr. Aber ich hab keine Pfeile mehr, das war mein Problem. Ach, ja, ich auch nicht. Also, no bolzen, no kill. No bolzen, no kill. Yeah. Ja, reggae music machen. So, und jetzt? Hier lang. Wo? Wo bist du hin? Hier, 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 hier. Hier, hallo, hallo. Hier. Ach, hier. Ich glaube, wir sind ja gerade von hier gekommen, oder? Ja, ja. Tja. Nee. Doch. Nee, von hier sind wir nicht gekommen. Nee, nee. Ach, von hier. Nee, nee, mein Freund. Ach, da ist er. Der Schlingel, aber der dürfte nicht mehr viel haben. Oh, der wird Koop töten wieder. Geiler Scheiß. Ja, mein Freund. Oh, da kommen sie. Da kommen wir gar nicht so richtig mal den Safe Point zu finden, ne? Ich glaube schon, wir hatten schon einen. Immer diese Checkpoints da, wo man sich sammeln muss. Ah. Jawoll. Das ist natürlich. Pfeile, Truhe. Alles da. Schriftrolle des Sechsenmeisters. Neues Geheimnis. Ja, das ist. Schrift, Schrift, Schrift. Ach. So ufgeregt. Ja, ja. Extrem auch noch. So, ja. Vier Schriftrollen haben wir jetzt schon für den Kult. Alter, mein Schwert ist übelst kaputt. Ich müsste das mal reparationieren. Oder mal neues finden. Ja, vielleicht ist denn da irgendwo ein Schmied. Stimmt. Wäre eigentlich mal eine Maßnahme. Der Axt wäre auch mal eine Maßnahme. Oh, hier. Oh. Oh, eine gute Kiste. Mit bestimmt nur Scheiße drinne. Beinrüstung. Ein hartiges Großschwert. Ja, es ist echt nur Scheiße drinne. Ja, ich hab's befürchtet. Oh. Aber hier, immerhin sind die Schultern besser. Und ich hab noch ein Schwert, was sogar auch besser ist. Was ist da los? Oder auch nicht. Doch, das ist besser. Aber das sieht voll reutig aus. Guck dir das mal an. Zeig mal. Sieht wie ein Ortschwert da aus. Aber es ist schnell, glaube ich. Willst du hier eine Speicherung machen? Wurde ich nicht. Ah, hier gibt's einen Shop. Shopping Time. Oh nein. Reparieren brauch ich auch nichts. Weil ich hab ja... ...Dingst. So, den ganzen Krempel. Wieso hab ich denn eigentlich keine Kette? Ich hab gar keine Kette drum. Was ist da los? So viele Schwerter und Schilder wieder, ey. Ja. So viele Gelumpen, gell. So, Ringer, Hosen. Gibt's da was? Ich hab schon wieder 37.000 Gold. Ich hab 30.000. Hm. Es gäbe Schultern zum Kaufen, die besser sind als meine. Sogar weit besser. Die nehm ich. Auch wenn ich wahrscheinlich genau jetzt da einen super Schultern bekomme. Kultan. So, noch den Rest, die wertvollen Sachen da verkaufen. Vollendes Zepter. Eisenkette. Unreiner Bärenschwein. Aber ich krieg trotzdem... Ich krieg trotzdem nirgends Ruhe. Nachst. Glaubst, müssen wir hier schon einen Cut machen? Ne, ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie nicht auf die Uhr gelunzt. Riskieren wir? Riskieren wir ein machen hier einen Cut und schauen beim nächsten Part auf die Uhr? Würde ich sagen, ja. Okay. Klingt nach dem Plan. Dann Leute, wir sehen uns hier das nächste Mal wieder. Tschü, Leute. Bis dahin. Reingehauen. Dann. Aber ich.